Wie oft kann man ein Blatt Papier falten? Angenommen, man nimmt ein sehr dünnes Blatt Papier, wie eines, das man für Bibeln verwendet. Ein solches fühlt sich fast wie Seide an. In Zahlen ausgedrückt, wir nehmen ein Blatt Papier, das ein Tausendstel Zentimeter dick ist, was 10 hoch minus 3 cm entspricht, also 0,001 cm. Außerdem nehmen wir an, dass das Blatt Papier sehr groß ist, wie die Doppelseite einer Zeitung. Nun falten wir dieses Blatt in der Mitte. Wie oft geht das wohl? Noch eine Frage. Wenn man das Blatt so oft wie man will falten könnte, sagen wir 30 Mal, was glaubt ihr, wie dick das Stück Papier dann wäre? Bevor wir weitermachen, bitte ich euch einmal ernsthaft über diese Frage nachzudenken. Okay, nachdem wir das Papier einmal gefaltet haben, ist es jetzt 0,001 cm dick. Wenn wir es noch einmal falten, sind es 0,001 cm. Mit jedem Mal falten wird das Papier also doppelt so dick. Und wenn wir es immer wieder in der Mitte falten, hätten wir nach 10 Mal falten folgende Situation. 2 hoch 10, was bedeutet, dass wir 2 10 Mal mit sich selbst multiplizieren. Das ergibt 1.024 Tausendstel Zentimeter, also etwas mehr als 1 Zentimeter. Angenommen, wir falten das Papier noch weiter, was würde dann passieren? Falten wir es 17 Mal, hat es eine Dicke von 2 hoch 17. Das entspricht 131 Zentimeter oder etwas mehr als 4 Fuß. Wenn wir es 25 Mal falten könnten, ergebe das 2 hoch 25, also 33.554 Zentimeter. Das sind etwas über 1.100 Fuß, fast so hoch wie das Empire State Building. Halten wir kurz einmal inne und denken nochmal nach. Papier so dünn wie das in einer Bibel ist nach 25 Mal in der Mitte falten fast 400 Meter hoch. Was lernen wir daraus? Man nennt das exponentielles Wachstum. Wie ihr seht, kann man durch einfaches Papier falten sehr schnell sehr weit kommen. Zusammengefasst, wenn wir das Papier 25 Mal falten, beträgt die Dicke fast 400 Meter. Nach 30 Mal sind wir bei über 10 Kilometern. Das ist in etwa die Flughöhe von Flugzeugen. Nach 40 Mal wären wir bei fast 11.300 Kilometern Höhe, also in der Umlaufbahn von GPS-Satelliten. Nach 48 Mal falten sind es über 1,6 Millionen Kilometer. Da die Entfernung von der Erde zum Mond etwa 400.000 Kilometer beträgt, können wir durch 45 Maliges Falten einer Bibelseite bis zum Mond gelangen. Und wenn wir sie noch ein weiteres Mal falten, sind wir wieder zurück auf der Erde. Wenn du versuchst, dir unvorstellbar große Zahlen vorzustellen, denk mal über die Unendlichkeit nach. Wie groß ist sie genau? Sieh dir dieses Video an, um es herauszufinden. Und abonniere diesen Kanal für noch mehr Gelegenheiten, etwas zu lernen.